Vorher war hier noch DS drauf. DS Deutschland Sachsen. Jetzt wird es bloß mal übermalt. Man weiß ja nie, vielleicht ändert sich noch was. Also ich vermute, vielleicht wäre doch mal zu die Tschechen eingemeindet. Seht ihr mal, unsere Autos sind überwiegend alle schon drüben. Wollt ihr einen Garten haben? Die Gartengeräte sind schon da. Meine Läsebrille haben sie schon. Kugelschreiber, Brille weg, Taschenrechner weg, doch kein Mensch. Jetzt nehmen sie den Multikurs. In drei Wochen drei Multikurs. Jetzt hatten sie beim Gärtner da wohl früh los, hat abends schon beladen alles. Rasenmäher drauf und das ganze Zeug war alles weg. Ja, man kann die jetzt anmieten, die Tschechen, die kommen rüber und machen es vor allem raus. In Dresden werden vorwiegend Skoda ausgeklaut. Ja, ob darf ja, die sind weg wie nicht. Hier rechts haben wir uns den größten Steinbezett, der Stiel wächst als Wasser oben auf der Hut. Nicht madig. Saurier hat es ja früher auch gegeben. Riesengroß, einen hat es doch immer eingeklemmt. Schaut doch mal schnell links am Fels, fünf Meter hoch. Hier klemmt noch ein Wirbelknochen. Ah, da ja. Da oben der Knochen. Fünf Meter. Siehst du das nicht, unten das Runde? Ja, macht jetzt ein Bild, der zeigt es euch dann hier. Ja, endlich. Siehst du es? Ja, ja, ich habe viel Lust. Ei, ich habe viel Angst.